Hallo! So, ich mach einfach mal die nächste Quest. Was ist das hier? Ich bin nicht mehr, ich werde es dir sagen. Wenn ich nicht rauskriegen werde, werde ich jemanden töten. Und wenn du nicht zuhörst, werde ich dich töten. Du kommst mir, und ich werde dich töten. Kommst mir vor mir, und ich werde... Was ist das mit Ihnen? Ich bin nicht schüttet, die Küche für ein Leben. Oh, ich bin sorry, Frau. Was es nicht so gut, in Ihren Pfeifen? Ich bin nicht so dumm, Mr. Morgan. Ich arbeite, aber nicht das. Ich arbeite, nicht das. Ich arbeite? Ich bin nicht so dumm, ich bin nicht so dumm. Ich bin nicht so dumm. Ich kann schäuze, schäuze, oder benutze eine Schäuze. Aber ich sage dir, wenn du mich hier stehst, ich schäuze diesen fatten Kuhl und schäuze ihn für Essen! Warte, du schäuze, verdammt Fischwaffe! Enough, beide hier! Komm mit mir, dann. Willst du gehen da? Geh mit dem Mann? So geht's. Wir machen mehr als nur schäuze. Wir sind schäuze. Und sie sind schäuze, also haben sie eine Schäuze. Ich bin nicht Angst, dass sie sterben. Gut. Du brauchst irgendwas, Herr Pearson? Vielleicht ich und Frau Zad werden ein bisschen fahren. Ja, sicher. Hier ist meine Liste. Kannst du diese Liste für mich, während du da bist? Natürlich. Komm mit, Prinzessin. Du kommst mit mir, dann, Frau? Also, ich bin von schäuze, von schäuze zu schäuze? Shut your goddamn mouth. Ja. Du kommst mit mir, dann? Ich glaube. Ich bin kein Schäuze. Und ich bin sicher nicht, dass ich von diesem Schäuze zu schäuze und schäuze bin. Ich glaube, wir alle müssen uns selbst machen, Prinzessin. Wo ist die Liste? Du schäust diese Liste? Oh. Robbin und killin ist okay, aber Liste Liste ist wo wir die Liste. Hier. 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 Du bist etwas anderes. Ich habe nicht gehört von dir in einem Moment. Ich bin zu dem Herrn, dass du dein Leben nicht mehr verletzt hat. Blah, blah, blah. Das ist schäuze. Oh! Warte mal. Ich hör auf das. Ja. Seitdem wir letztendlich entspricht haben, habe ich sehr viel verletzt, mit einem kleinen Namen für mich. Oh! Before Sie fragen, ich habe noch noch eine Frau, aber ich kann Ihnen sagen, dass es nicht für eine Liste von Schäuze ist. Ha, 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 ha! Hast du schon einmal mit einer Frau nicht bezahlt? Oh, look. Wir sind alle hinterher etwas. Und was ist das? Zurück nach Tacitus Kilgore? Oh, das? Das ist die Idee von Dutch. Alle Männer werden mit den gleichen Alisten verletzt. Wenn wir eine neue Stelle setzen, Strauss geht in die Stadt. Die Starten erwartet nicht ein Männer von Tacitus Kilgore, oder was sie verletzt haben. Hier, gib mir das Back. Wir haben Arbeit zu machen. Oh, die ist ja cool drauf, ey. Ich hatte mich eben gerade gefragt. Mensch, diese Sadie, die ist doch auch im Trailer gewesen. Wie sieht denn die aus mit ihrem Rock und so? Ja gut, dann wird die ja wohl jetzt ein bisschen aus sich heraus kommen, hoffe ich mal. So, ich wollte die Dichtekamera. Okay, hier sind wir. So, was ist der Plan? Ich schaue den Schaubgeber? Nein, bist du verrückt? Ich dachte, wir waren Ausländer. Ausländer, nicht Idioten. Wir schrauben die anderen Menschen. Diese Menschen, die nur versuchen, zu gehen. Also, du gehst in da und du uns etwas Essen zu essen. Und keine Schäuze. Du bist sicher? Diese Zeit, es wird Zeit für die Böden schnell genug sein. Was machst du? Ich muss nachdenken die Bibel. Nichts lustig. Sie ist ja voll geil, ey. Guten Morgen, Herr. Sie sind sehr gut. Sie sind sehr gut. Guten Morgen. Sie sind gut. Will ich Sie helfen, Herr? Ja, ich würde sie schreiben. Okay. Okay, kein Problem. Danke. Bis jetzt. Herr, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Frau. Guten Morgen zu Ihnen, Herr. Wie die Ehre hochgeht, weil ich die Leute grüße. Das muss ich mir mal vorstellen. Oh, nice. Ich glaube, das ist alles. Danke. Hier, nehmen das für dich selbst, okay? Danke. Wir geben es zurück, dann. Jesus. Ich habe nicht gefragt, für seine Verdammt Hilfe. Warum nicht du fahren? Okay. Komm schon, Frau, gehen Sie weiter. Ich liebe Sadie, nicht Frau. Ich weiß. So, du hast alles? Ich denke, so. Und ein paar neue Kleine, ich sehe. Keine Ahnung. Ich kann was ich ganz gut wollen. Wie ich sagte, mein Mann und ich haben alle die Arbeit gegeben. Ich war keine kleine Frau mit der Blumen in der Haare, und ich mache die Köpen, alles in der Nacht. Ich habe es nicht vermieden. Wenn du die Leute schreckst, dann warst du dich. Es wird nicht lange, bevor du sie schmierst, und du siehst, die Harmonika spielen. Ich werde dich wissen. Ich habe es immer lieb, zu spielen die Harmonika. Und... ... ... ... ... ein Haus und alles, was ich eigne, getrennt wurde auf den Boden. Ich weiß. Ich bin wirklich entschuldigt, was du... du weißt. Vielleicht stehe ich meine Augen für eine andere. Ich will keine Angst, nur... Ich bin egal und nicht. Niemand hat nichts von mir ausgesucht. Mhm. Hey, da! Hey. Was, uh... Was sind die Leute gekommen? Ich gehe nach Hause. Du bist in Le Moin Raider. Du musst, was du hier verraten? Nein, ich glaube nicht. Du glaube nicht? Wie geht's dich jetzt? Das habe ich gesagt. Hey, wie ist das? Was ist das? Go, go, go! Jim! Let's get the hell out! Go! What the hell was that? Ah! Das war gut. Das war gut. Oh, nein, du hast zu! Das waren gut. Ich gehe in deine Hand. Ich gehe in die Hand. Schauge in die Kitsche. Okay, du hast ihn, Schauge. Ha! Ich bin gut, du wunderschön. Wir sind gut hier, Elther. Okay, ich werde zurück fahren. Nein, über die Ränschen hier. Warum? Weil du schon genug Probleme hast. Ich bin gut. Hey, watch it! Wir zeigen die Böse, was? Ich erinnere mich nicht, dass du auf deinem Böse gehst. Und es war klar, dass wir uns wunderschön. Wir haben gut gemacht. Aber das ist viel Müll, um neben dem Camp zu machen. Ich hoffe, dass es niemanden bringt. Hey, wo geht's? Haben die nichts dabei? Oh, ein Brief. Mensch, siehst du ja. Gut, dass ich nochmal... Oh, ein Ehering. Nice. So, wer haben sie gesagt, sie waren? Le Moyen Raiders? Ja, so etwas wie das. Wer weiß. Können wir die Piste hier? Anyway, nicht zuhören, Reverend Pearson, über diese Lieder. Wie schreitst du? Ich würde es nicht ausprobieren. Nein, du würde es nicht. Ich habe jahreliert, ich mache keinen kleinen Namen für mich. Ich habe keine Mail, eine der Zeit, nicht zuhören. dass ich lange nicht zuhören. Aber ich will das die Zeit in das Böse. Die Beine und die Beine. Ich habe keine Chance. Das war mal eine geile Emissionen, ey. Wie das Pferd im Weg stand. Danke, Herr Morgan. Keine Ahnung. Ich würde mit Ihnen wiederholen, Frau Adler, wenn Sie mit mir fahren. Vielleicht. Wenn Sie prove, Sie können sich selbst behandeln. Na ja, Sie sagen, ich brauche Finesse, aber ich bin nicht Angst, dass die Pferd. Wir haben das, Arthur. Sie haben mir ein großes Geheimnis heute gemacht. Okay, Frau High-and-Mighty. Und schöne Pferd, übrigens. Watson. Good morning. What time is it? Look, everything's gonna be alright. Arthur? I know. You'll be good now. Okay, Uncle Arthur. Somebody here? Good morning. You know, Miss. I killed girls as betrayed us. And did it happily. Bring the sack to Piercens Wagen. Okay. Oh, das gibt Ehre. Okay. Aber was ist das hier für ein... Ach, das war ein Hofüberfallen. Machen wir das mal? Und jetzt mach ich nächste Folge. Und jetzt mach ich das mal vor. Und dann mach ich das mal vor. Und dann mach ich das mal vor. Und dann mach ich das mal vor. Ich schief das mal vor. Danke, Herr Martin. Und dann mach ich das mal vor. Sinnmal. Mittlere Seefische. Mittlere Seefische. Er will noch mal ein bisschen kämpfen. Was haben wir denn hier schönes? 2,47. Okay. 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 Ich geh mal in den Steg, mal gucken, ob das noch mehr bringt. Wer sitzt denn da hinten? Das find ich gleich auch noch raus. So, einen Wurmköder mehr hab ich sowieso nicht mehr. Jammer auf. Hmm. 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 Okay. Na komm. Ich möchte aber auch keine Hand beißen momentan. So, einmal noch die Seite probieren. Das sieht aus wie auf einer Insel. Na komm, ich will meine Wurmköder los sein und mir eine neue besorgen können. Ich glaube es gibt einfach keine Fische mehr in diesem Gewässer. Hey, how are you? How are you doing Molly? Fine. I'm tired of moving all the time. Yeah. Just the way it is. Well, I suppose I should be getting on. Well, I need to be alone. Sag sie das nicht immer. Sowieso mal sehr abweisend die gute. So, den machen wir uns auf jeden Fall erstmal ab. Den Rest lass ich mal so wachsen. 14 Uhr. Super. Dann machen wir gleich noch irgendwas. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020